Das ist doch Bescheid. Ich finde es schlimm, dass eine Planke mehr Schaden macht als das Revolutionsschwert. Ja. Schon ein bisschen komisch, ne? Vor allem wie die dann auch noch aussieht. Macht sogar mehr Fahrten wie meine Maräte. Tschüss. Aber langsamer. Blöd. Wir wollen das ganze Zeug mal zack erlegen. Ja, ich bin auch gerade dabei, dass ich meine Waffen und das Zeug mal durchschau. Ich glaube, dass ich da gerne einen Teil lieber verkaufen würde als zerlegen. Aber ich weiß gar nicht, wo hier der nächste Händler ist. Doch in der Station. Boah. Nee. Das tue ich mir jetzt, ne? Was das tun wir tun? Ne? Oh… Das war… … … ich gucke bloß grad mich mal umziehen nee als doktor gehen die durch das war's nicht den nämlich mal da was ist denn der andere hier ne passt auch nicht zusammen ach so kleidungsstücke oder wie stelst du dich jetzt auf für uns naja mal gucken was machbar ist man kann ja froh sein dass es nur fast komplette kleidung ist wenn man alles machen könnte könnte dann ein bisschen viel sein ja 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 war was hast du schlösser knacken fähigkeit also da steigen wohl demnächst da noch die anforderung habe ich das gefühl muss ja ich will ja auch ein bisschen weiter kommen wo kann man machen ich komme auch gucken ich bin neugierig aber du kannst richtig zu mir schauen kommen kein problem alter was passiert wenn man was passiert wenn man ein atompilz atompilz trinkt man fühlt sich kerngesund und strahlt vor freude das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren maro gibts zu du hast einen nebenjob gehabt oder ja ich geb es zu das ist boah es ist ja ja warum wäre okay dann sollte man sich mal überlegen je nachdem wie weit ihr seid inventar ziemlich entlernen und dann könnte man eine plünderrunde machen ja ja weil viel lebensmittel habe ich nicht mehr nee ich auch nicht mehr ich bin bloß gerade am so wo 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 eigentlich den einen schon machen Nahrung war das nicht Nö Achtung Bürger Ein Atomschlag steht bevor Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich Oh wieder da unten im Eck Danke für Ihre Kooperation Ja gut sie schießen wenigstens wohin wo nix ist Das müssen sie wissen Ich seh so scheiße aus Okay Schlimmer wie sonst Ja es hat was Weißt du so ne Mischung aus Ich weiß nicht, Mesh sagt dir was als Serie Oh ja leider Ja Und Elton John Ich komm das will ich sehen Ich bekomme dezent angst Ich komm dir mal entgegen Na was sagst du Ach Ich hab jetzt mit Schlimmeren gerechnet Ich hab jetzt mit Schlimmeren gerechnet Logo Aber jetzt geh ich mal deinen Häuschen Aber mein Ernst siehst du durch die Brille überhaupt viel? Aber das frage nicht was ich alles sehe Aber gut ich kann ja auch die nehmen Ne 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 da ist die andere fast schon besser Ne das sag ich doch ne das war die Kopbrille Jetzt kriege ich nämlich wieder die Kronkorbensonnenbrille Ich find die sexy Eieieieiei Ich hatte mir bloß gedacht Wenn wir eh umziehen Ja ich hab noch Ja alles klar ne Ich hab auch anderen Boden aber ich hab den noch nicht freigeschalten Ich kann bloß mit dem Kitter und dem normalen wechseln Ja klar Jo hat auch was Hat auch was Mir fehlen noch ein paar Sachen die ich im anderen Charakter habe Oh Ja kommt noch Und immerhin ich hab für uns drei gedacht gell Mhm Hab ich bei mir drüben auch Mhm Und da hinten wo jetzt die zwei Regale sind neben Bett darf ich auch kein Wand stellen Das hängt mit der Treppe zusammen Du kannst auch nicht drüber bauen Wissen Find ich witzig früher ging's Find's affig Ich weiß nicht was die dort gemacht haben Du traut irgendwas jetzt mit den Boxen Äh mit den Fillingboxen Der Kollisionsabfrage ja Ich hab keinmal das noch schlimmer Weil wenn ich ne Wand habe und oben drüber was setzen will Und ich kann locker da fünfmal durchgehen Hoch erhobenen Hauptes Übereinander gestapelt Dann sollte das doch möglich sein da oben drüber einen Boden zu setzen Normal ja Logo Der einzige auf dem man warten ist ist Christian Ja Du wolltest den auch noch zerlegen alter Das kann ich doch bestimmt bei dir hier unten machen Aber loko Wobei ich geh nochmal zu mir schnell zurück Ich geh nochmal zu mir schnell zurück Da kann man dann wieder sagen Warum ist man denn im Team wenn es nicht richtig will Ja Ja Äh wir sind im Team Ja Sind wir Das ist ja das Problem Wir sind in einem Team Funktioniert trotzdem nicht Aber das Problem gab es schon mal Äh das kenn ich mit jemand anderem wo ich zwischendurch spiele Einfach nur gaga Einfach nur gaga Den lass ich mal hier Den lass ich mal hier Setzenwolf das äh witzige ist das Problem haben wir seit dem letzten Patch Also der vor über zwei Wochen kam Seitdem sehen wir uns nicht mehr Selbst in der äh Gruppe nicht Ja Du siehst es ja auch die äh meine Kollegen Ich seh die nicht Das ist so farbig Äh ja Weil das kennen wir dass es normal links unten dann angezeigt wird Ja Betonung auch normal Ja Oder es war einmal Und ist nicht mehr ein riesengroßer Teddybär Nahrer was aus Angst steht Was? Oder ist jetzt schon wieder mit mir? Nix Nix Ist nicht viel und sonst? Ja eben Nix Wir haben heute die Menüs nochmal umgebastelt Können wir ja noch sagen dass er will Ich hatte da vorhin doch Einen Revolver weggetan Jetzt haben wir wieder zwei drin Hä 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 Jawohl Jawohl Und haben trotzdem alles alle Da steht auch irgendwas nicht Was denn? Verwertest Waffe Und nächstes Mal ist sie wieder da Hä? Ich finde es witzig dass man A bestimmte Waffen unter meine Waffen nicht anzeigt wird Obwohl ich sie auswählen kann Wann ich aufs Waffenrad geh Ja Es ist schon Hm Oder ich habe eine äh Pumpgun in den Favoriten Habe vorhin eine gefunden Auf einmal waren angeblich beide in den Favoriten Hä? Hä? Ich habe aber nur einen Waffenrad davon Das ist mir ein bisschen zu hoch Na gut das Ding wiegt nicht viel Lass ich mal da Lass ich auch da Wollte ich Unien trinken Wollte ich Unien trinken Dann übernehme ich normales Wasser mit Habe ich denn hier noch an Essen Ja Bisschen Hundefutter habe ich noch Äh Muss das sagen Warum gibt es eigentlich kein Katzenfutter in dem Spiel, hä? Es gibt so viele Fragen Glaub mir Glauben 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 Oh ja Glauben 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 Du hast den Kanal, das Motto hier, vielleicht falsch verstanden. Wir jagen, wenn es geht, keine Katzen. Was? Das sagst du mir jetzt erst? Wie viele Bären haben wir schon erledigt? Naja, wenn es geht. Weil du gerade gehört hast, Mau ist eigentlich das Bärchen. Reset ist unsere Schlange. Und ich bin der Löwe. Sprich Großkapze, also ja. Großkapze! Unser Kuscheltigerchen. Warte mal, jetzt geht es gleich. User's has left the channel. Genau. Oh. Echt hier. Hat's das? Muss man sich einfach veräppeln lassen. Ja. Bloß wie oft darf der Alf denn die Katze essen? Wenn wir schon mal beim Thema sind, der hat immer auf die Pfoten gekriegt. Das ging noch nie wirklich gut. Ja, ja, eben drum. Ja, wie hat das die Katze zu schnell war für ein Alf. Das Problem war ja, er hat immer Kate da drin. Mhm. Das auch. Das stimmt. Aber am schönsten war immer, wenn Rachel Ogmanek unterwegs war. Die war ja nun auch nicht so rum. Mhm. So. Wie schaut man da jetzt aus? Aber das stimmt, es wurde nie darüber gesprochen, wie viel auf seinem Planeten davon gefuttert worden. Ja, das ist ein guter Punkt. Alter Gewicht, wäre ich ein bisschen unten. Ja. Wie sieht's bei euch aus? 147 von 165. Und okay. Ich bin noch beim Entfrümpeln. 143 von 170. Ich gebe jetzt mal die Kochmütze ab und die... 98 von 195. Angeber. Mehr Sorry dann, Sander. Ja. Furchtbarer Typ, ne? Ja. Sorry. Kann ich nicht ändern, ne? Ja. Man könnte ja auch mal ausmerzen, aber das auch wie Gott sei Dank mischt. Hm. Kann ich da noch was lernen? Aber jetzt kommt's mal eigentlich eigentlich, das ganze verdorben. Jetzt zeigst, kann man ja in der Chemie-Dings umbauen, gell? Ja. Jawoll. Deswegen hab ich's jetzt noch nicht weggeschmissen die ganze Zeit. Sondern gesammelt. Weil wenn ich das Zeug los bin, nimmt der das eigentlich, das würde man nie merken, nimmt der das eigentlich aus der Kiste raus so oder nur das, was man im Inventar hat? Okay. Okay. So. Ja. Komm mir jetzt auch nicht raus. Geh mal auf. Da kann ich schon wieder, dass ich mal ein paar Haare schöpfen kippe. Ich frage mich nur gerade, wo der jetzt so den Dünger hier da hat. Und bei den, äh, großen Mengen. Nein, ich hab den großen Haufen, wenn man sich in mein Inventar herum kamen. Und der Schrott müsste der sein. Und der Schrott. Ah. Großmenge Dünger. Ja, sieg schon. Danke. Nein, großmenge habe ich noch nicht, aber gut. Genau, da ist es dann. Aha, nein, gut, jetzt bin ich auf 136 Euro. Ja, mein Anfang, gell? Ja. Eigentlich wollte ich noch Stromgenerator und so bauen, aber wo hast. Und ich glaube, mit dem nächsten Level ab, sollte ich mal irgendwas wegen Ausdauer machen. Ja, also ich wäre soweit. Tipps, äh, nee, FunnyFact 87. Warum wollte Julia Architektin werden? Um die gläserne Decke zu entfernen. Nee, der ist nicht von mir. Ist gut, dass du es gesagt hast. Man ist sich da nie so sicher. Danke, dass es du jetzt gesagt hast. Bitte. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ich fühle besser. Muss unbedingt mal verkaufen gehen. So, dann gucke ich mal, wo der Kollege steckt. Wem meint's jetzt da? Ich stehe noch vom Heuchern. Mich? Ich stehe bei mir auf der Terrasse im Obergeschoss. Ich komme sowieso gleich vorbei. Ich wollte mir das auch machen. Ich suche eigentlich sowas wie eine Couch. Lass mich wetten. Können wir noch nicht. Nee, man kann Stühle bauen. Ja, Couch ist noch nicht. Finde Baupläne. Schade. Mhm. Wir werden gerade gefragt, ob wir uns schon überlegt haben, was wir hier sehen können. was wir später machen wollen. Nachkämpfer, fernschwere Waffen, Plasma-Waffen. Was? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, haben wir uns noch nicht überlegt, gell? Ich wusste nicht mal, dass man sich da was aussuchen muss, schrägstrich kann. Ich habe Waffen, die ich finde und mit denen spiele ich. Ob das jetzt irgendwie speziell in irgendeine Richtung geht, das habe ich jetzt nicht aufpassen. Ja, also wenn du willst, kannst du... Ah, da bin ich mal so kalt. Aber wo war denn das eigentlich? Dafür habe ich ja drei Sesseln hergesetzt. Mit den Geschützen, damit die Hopp-Gase, damit die Luft auch richtig passt. Jetzt könnten wir nochmal ein schönes Foto mit uns dreien machen. Fehlt bloß noch das Bärchen. Ich komme gleich. Ich bin da.